die flange ist frei wo ist frei gehen wir hoch direkt ohrfeige welcher hat das gesagt wo falknerei frei mann und dann haben die auf einmal wieder bäume hingeschmissen oder was und absperrband gibt es zu ihr wollt ihr unsere räder klauen ja ja ich weiß gerne nicht warum die bäume fänden sie einfach liegen lassen ja damit die leute sich aufgehen damit die vergammeln jetzt können wir weiter ja 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 weißt du was ich vergessen habe ich denke die ganze Zeit warum kleppert das so ich habe den spanner nicht hinter ich habe den scheiß locken drin ich denke so warum ist das lauter als gestern ja kannst du es und und ja 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 Was ist das? So? platten oder platten oder aber von was da war gar nichts das war da oben aber da waren keine steine und nichts ich habe extra darauf geachtet Achtung da kommen welche platten habt ihr alles oder? ja euer kollege da oben ist gerade gefallen alles gut ich brauche nichts oder? ne ne euer kollege ist gefallen Luftpumpe hast du gell? ja ich habe alles willst du es hier machen oder willst du runterrollen? runterrollen, ich habe eine Nudel drin wow ja ok jetzt null war aber hier kommt es raus hier ist, guck mal ja 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 genau das ist ein Loch ein Loch ja aber das ist das noch ab oder? ne ne das ist das kann nicht noch ab ja 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 ja